wow das königreich eisiger abgrund das raumschiff kommt ja auch noch später ich hasse dieses level das hast du fast zu jedem level schon gesagt ne ice level mag ich gar nicht ja magst du nicht kommt denn das mit nur einem leben können sie stellen die mehrfrau arielle die medienfrau kürbste nicht was machst du da ich wusste es doch ehrlich du arsch nicht mehr sonst sind der banan es ist gemein ich glaube das geht aber doch klar wenn du das nicht machst wenn ich darauf einstellt dass du runter gehst nur automatisch deine mutter ach du bist so blöd du lässt dich treffen das ist gemein du verrückst dann wahrscheinlich ne wenn du am land bleibst ne alter du fagget wie idiot na kommt er wieder hallo leben jetzt ist er wieder da scheiße blöd ne er hätte doch weiter schwimmen können ruhig ohne dir den zu holen btf was zwei reichen schon den nehmen wir doch gerne in safe ja den nehmen wir auch gerne boah die sind schon schnell braun braun du hast sie am leben lassen die sind doch schon vom mit den deine mutter ja ist klar deine mutter was war das denn von rum geschieter eben das war von geschieter eben blöd alter scheiter ist klar ist klar leben ist klar du alter schitter hier frisst nein das ist doch mal zwei ausstechen locker durch ich wollte das leben haben hallo hallo nein ach schloch ja verstehe ich ja auch vielleicht das wieder leben ich weiß du scheißt du scheiß ich muss ah ah mann ich muss keine ahnen die rose hin lalalala hat schon wieder mitgefahren der ist nur am cheaten es ist unglaublich mit dir du kannst nicht mal richtig spielen mit dem jungen er ist nur am cheaten er sucht sich jeden back sucht sich alle glitches was kann das noch werden spring lieber noch mal ich bin richtig naja du musst du musst die schnelltaste mit drücken und springtasten schnell und springt hast du musst du das nie loslassen nur die springtaste bringt nichts ich hab gar nicht den mann gemacht ich hab gepennt probo sterne probo sterne ja schreien hier frisst du wenn die zick zack so kam mir schon das leben kam das denn da hat er mich einfach weggeschoben da hast du mich einfach weggeschoben du arsch dachte er hätte die fresse die ganze zeit nein ich hab die sound sich an das finde ich lustig das war mir klar nein aufzuschnappen nein bekommen das nicht mit hat sie aus dem channel gekickt ja ich weiß gar nicht wo ich gesaved habe bei mir oder bei dir die konzentration geht ganz schön zu flöten jetzt warum gerade keine ahnung dann ist du voll gefressen auch ja das ist ja einmal noch den letzten versuch du sollst aber verrecken wieso mein maul halten wozu soll ich mein maul halten ist nur wenn du gemoved oder gekickt wurde dann ja ach schlacher ich schnapp ich schnapp einfach gemoved ich kann nicht nur klicken Ach, ja. Ah. Ich verstehe, dass ich irgendwie ein Mon da hochkommen soll. Ich bin, glaube ich, zu dumm dafür. Ja, was bist du? Das stimmt. Oh, man! Deine Mutter! Das ist echt keine richtige Konzeption, heute. Einmal in der Feueraufnahme lief ja schon ein bisschen. Ja, 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 ja. Mach du ruhig, mach du ruhig. Ich bin ja so saal studiert, ne? Ja. Spring! Tot! Jump! Tot! Spring! Tot! Fick dich! Spring! Spring! Fick dich! Als Maul. Spring! Als Maul. Spring doch einfach, spring doch bei dem auf den Kopf. Nee. Du musst springen und nach vorne drücken. Nein. Warum nicht? Darum. Okay. Dachte ich jetzt so. Spring! Spring! Fliegst du runter? Warum kriegt man da immer nur eine Banane? Ja. Reicht doch eine Banane. Für dein Po. Nein. Oder willst du eine ganze Schickita-Staude reinhauen? Hattest du ja eben alle bekommen. Ja, alle rein da. Ich hätte gedacht, du fliegst so knapp. Schwing! Tot! Wow! Nein! Naja. Ein Leben wieder. Springen dahinter. Geht dahinter! Geht dahinter! War mir egal. War ein Banane-Egg. Achso. Ja. Hab gehört. Ich hab's geschafft. In den letzten Minuten. Ja. Helft du? Ja. Und damit wollen wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country 2. Peace Conquest. Mit Flash! Mit Centos! Mit Centos! Tschüss!